So, die goldene Kamera in der Kategorie Beste Schauspielerin geht an Anna Schutt. Erst im vorigen Jahr erhielt sie in New York den International Army als beste Hauptdarstellerin. Heute gewinnt sie die goldene Kamera als beste Schauspielerin. Gratulation Anna Schutt. Vielen Dank. Vielen Dank, Jury. Herzlichen Dank. Das ist ganz toll. Ich verbeuge mich vor Paula und vor Rosalie. Ich möchte unbedingt mit euch spielen. Ich finde euch fantastisch. Und ja, und ich möchte danken natürlich, ich möchte danken unserer wunderbaren Produzentin Heike Wieletim und Relevant Film. Ich möchte meiner fantastischen Regiererin, will ich mal sagen, aber sie heißt Regisseurin, Isabel Klefeld danken und unserem Kameramann Martin Langer. Ja, die sitzen alle da und meinen fantastischen Kollegen. Es war wirklich eine ganz tolle Arbeit und ich bin so stolz auf diesen Film. Und ich möchte meinen Eltern danken. Mein Vater schaut hoffentlich jetzt schon zu, ja. Und das nächste Mal spiele ich wirklich was Lustiges, Papi. Ich verspreche es. Aber euch möchte ich danken, weil ohne euch wäre ich nicht hier und ohne euch würde ich das alles gar nicht machen. Und ich möchte diesen Preis widmen, allen Erika Gerlachs dieser Welt, allen leisen und geheimen Heldinnen, die wir brauchen, die wir gestern gebraucht haben und heute brauchen und morgen immer noch brauchen werden. Das ist für Erika Gerlachs für alle. Herzlichen Dank. Vielen Dank.